Bhagavad-Gita, Vers 2.26 O Starkarmiger, doch auch wenn du glaubst, die Seele werde ständig aufs Neue geboren und sterbe immer wieder, gibt es für dich keinen Grund zu klagen. Erklärung Es gibt immer Philosophien, die ähnlich den Buddhisten nicht glauben, dass die Seele eine vom Körper gesonderte Existenz besitzt. Als Sri Krishna die Bhagavad-Gita sprach, gab es Philosophen dieser Art, die als Lokajadikas und Vayibajikas bekannt waren. Diese Philosophen vertraten die Auffassung, dass das Symptom des Lebens, die Seele, entstehe, wenn eine besonders günstige Verbindung materieller Elemente zustande komme. Die modernen materialistischen Wissenschaftler und Philosophen denken ähnlich. Nach ihrer Ansicht ist der Körper eine Kombination physikalischer Elemente und sie glauben, dass die Lebenssymptome auf einer gewissen Entwicklungsstufe durch die Wechselwirkung physikalischer und chemischer Elemente entstehen. Die Wissenschaftler der Anthropologie gründen sich auf diese Philosophie. In neuerer Zeit sind viele Pseudoreligionen entstanden, besonders in Amerika, die sich dieser Philosophie und ebenso den nihilistischen, sich nicht hingebenden buddhistischen Sekten anschließen. Auch wenn Arjuna nicht an die Existenz der Seele glaubte, wie es bei der Vayibajika-Philosophie der Fall ist, hätte er dennoch keinen Grund zur Klage gehabt. Niemand jammert um den Verlust einer Masse Chemikalien und hört auf, seine vorgeschriebene Pflicht zu erfüllen. In der modernen Wissenschaft und im heutigen wissenschaftlichen Kriegsgeschehen werden sogar viele Tonnen Chemikalien verschwendet, um den Feind zu besiegen. Nach der Vayibajika-Philosophie verschwindet die sogenannte Seele, der Atmer beim Tod des Körpers. Arjuna hatte also in keinem Fall Grund zu klagen, ob er nun die Aussage der vedischen Schriften, die die Existenz der Seele bestätigten, akzeptierte oder nicht. Da nach der Theorie der Vayibajikas in jedem Augenblick unendlich viele Lebewesen aus der Materie erzeugt werden und unendlich viele in jedem Augenblick sterben, ist es nicht notwendig, um ein solches Ereignis zu trauern. Weil Arjuna also nicht an die Wiedergeburt der Seele glaubte, gab es für ihn keinen Grund, sich vor sündhaften Reaktionen zu fürchten, die entstehen würden, wenn er seinen Großvater und seinen Lehrer tötete. Krishna redete Arjuna hier spöttisch mit Maha-Bahu, Starkarmiger an, da zumindest er die Theorie der Vayibajikas nicht akzeptierte, die das vedische Wissen außer Acht lassen. Als Kshatriya gehörte Arjuna der vedischen Kultur an und daher war es seine Pflicht, weiterhin ihren Prinzipien zu folgen.